Die Elektriker fanden Kreos vor ein Alldäher an der Äquipe raus, für elektrische Installationen und privaten und öffentliche Schandtächer Betrieb zu wählen. Nach Ausschluss, die Montage von Panzerküsten und Kontoren an Doppelnen von der Photovoltaiksanlehrung und Netz gehören zu ihren Hauptaufgaben. Sie gehen aber auch gerufen, wann zum Beispiel eine bestehende Installation modifiziert oder geregelt muss gehen. Jene Schandtächer überprüfen sie auch Installationen für privaten Elektriker. Montage der Äquipe, sie selber verantwortlich wird, Material zu bestellen, was sie brauchen. Das Taschen gehen hautvoll elektronisch aufgewickelt. Da ist von den Elektriker also immens aufwissungsreich, aber auch auspruchsvoll, durch ihre Sumterrain neben dem technischen Wissen auch Teamwork an Äquipe gelegt geführt, für ihre Schandtächer sicher und zur Zeit aufzuschliessen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020